In genau diesem Video geht es um ein Unternehmen, welches aktuell keine Nettoverschuldung hat, was in den heutigen Zeiten der krass verschuldeten Aktienunternehmen eine, ja, sagen wir mal verdammt positive Sache ist. Es geht um ein Unternehmen, welches Rohstoffe fördert, die in den nächsten Jahren immer wichtiger werden. Das Unternehmen hat nicht nur charttechnisch gutes Potenzial nach oben, sondern es zahlt auch eine Menge an Dividenden aus. Moin Leute, ich bin's Toni von Finanzen und ja, ich bin leider sehr auf die Gusche gefallen. Ich hoffe, mein dezenter Cut am Kopf, ja, stört euch nicht weiter. Starten wir doch jetzt einfach mal mit dem Unternehmen. Seit der Gründung im Jahr 2013 ist es deutlich gewachsen, sowohl geografisch als auch durch Metallproduktionen. Die Gruppe hat sich von ihren jungen Jahren als südafrikanisches Goldminenunternehmen zu einem internationalen, wettbewerbsfähigen, diversifizierten Edelmetallproduzenten von Gold und der Reihe von Platin-Gruppenmetallen, die PGMs, entwickelt. In jüngster Zeit ist die Gruppe in die Batteriemetallindustrie eingestiegen, indem sie ein Lithiumhydroxidprojekt in Finnland investiert hat. Der Name ist Trommelwirbel Sibange Stillwater. Wie ich vorhin schon erzählt habe, baut das Unternehmen eine Reihe von Rohstoffen und Edelmetallen ab. Und genau jetzt schauen wir uns mal zusammen die Abbaugebiete an. Sibange Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio an Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben sowie Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Das Portfolio besteht nämlich aus, ich blende euch jetzt hier oben einfach mal was ein, das könnt ihr euch gerne gleich mal parallel mit angucken. Und zwar Platin-Gruppenmetalle, PGM-Betriebe in den Vereinigten Staaten, also in den USA, in Südafrika und in Zimbabwe. Goldbetriebe und Projekte in Südafrika, Kupfer, Gold und PGM-Explorations-Konzessionsgebiete, ist das ein Wort, in Nord- und Südamerika, Zinkaufbereitungsanlagen und Kupfer-Konzessionsgebiete in Australien. Und wie ich schon gesagt habe, ganz neu kommt jetzt auch Lithium mit dazu in der Karte ebenfalls zu sehen in Finnland. Ich habe jetzt schon öfters PGMs verwendet und möchte nochmal etwas genauer darauf eingehen. Die Platin-Gruppenmetalle oder auch PGMs, also die Abkürzungen, bestehen aus Platin einmal, Palladium, Rhodium, Iridium, Rutenium und Osmium. Falls du da noch einiges nicht gehört hast, wie gesagt, das sind alles auch Metalle, die ziemlich wichtig sind. Sie haben nämlich ähnliche physikalische und chemische Eigenschaften und neigen dazu, in unterschiedlichen Anteilen zusammen in derselben geologischen Lagerstätte aufzutreten, was bei der Förderung natürlich recht günstig ist. Der Automobilsektor ist der führende Endverbraucher für zum Beispiel jetzt Platin, Palladium und Rhodium. Alle drei Metalle werden in unterschiedlichen Anteilen in Autokatalysatorien verwendet, die Teil der Automobilabgassysteme von Benzin- und Dieselverbrennungsmotoren sind. Die einzigartigen Eigenschaften von PGMs tragen dazu bei, schädliche Schadstoffemissionen in harmlose Verbindungen umzuwandeln, die dann halt die Luftqualität verbessern. PGMs sind daher seit der Einführung von Emissionskontrollen die wichtigsten Metalle, die in Katalysatoren verwendet werden. Wenn du mehr erfahren möchtest, wie wichtig diese Metalle sind, dann kannst du dir gerne auch mal dieses Video hier oben, ja im Prinzip einfach mal anschauen, wo das Thema ein bisschen genauer besprochen wird. Was und wie viel wurde denn jetzt 2020 und 2021 gefördert? Schauen wir uns einmal 2020 an und da sehen wir 2,44 Millionen Unzen, wobei hier aber die recycelten Unzen nicht mit reinzählen. Man sieht hier deutlich, dass Platin ein großer Bestandteil war und Gold mit gerade einmal 1% mit reinzählt. Schauen wir uns jetzt das Jahr 2021 an, wo wir die Produktion sehen, aber hier zählen jetzt die mit recycelten Unzen mit rein. Das ist wichtig zu beobachten oder steht jetzt wie gesagt auch mit da. Sehen wir aber jetzt, dass Gold mit 1,1 Millionen Unzen deutlich mehr geworden ist. Was mich als Goldliebhaber echt glücklich macht. Wer steckt jetzt eigentlich hinter dem Unternehmen? Natürlich gibt es eine Reihe von Leuten, aber wir picken uns einfach mal zwei heraus. Und zwar den Dr. Taban Vincent Maffay. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. 70 Jahre her, also sagen wir mal schon relativ alt, ist der Vorsitzende. Hat Advanced Management Programme an Harvard Universities studiert. Ihr könnt euch das jetzt ein bisschen genauer einfach mal mit durchlesen. War im Prinzip auch Vorsitzender von BHP Billiton, also der südafrikanischen Region. Was in meinen Augen jetzt erstmal, ja, schon recht gut klingt. Charles Cater, 48 Jahre, nicht ganz so alt, ist Finanzvorstand. Hat im Prinzip an der University in Johannesburg studiert. Und verfügt auch als Finanzvorstand, was ich wirklich gut finde. Ja, verfügt sozusagen über mehr als 26 Jahre Bergbauerfahrung. Ihr könnt natürlich, wenn ihr Lust und Laune habt, direkt mal auf der Seite genauer nachgucken. Wer denn dort wirklich alles vertreten ist. Wir schauen uns jetzt einfach mal ein paar Kennzahlen bei Tradingview an, wie denn das Unternehmen so aufgestellt ist. Und schon sind wir bei The Bungie is Still Water Limited. Einmal auf der Tagesebene hier oben. Bitte folgt meinem Mauszeiger. Ich scrolle jetzt erstmal ein bisschen was zur Seite, damit ihr ein bisschen mehr hier den Überblick einfach habt. Starten wir. Ihr seht schon relativ viele Linien, bunte Linien und eine, ja, sagen wir mal, andere schöne gelbe Linie. Das ist der gleitende Durchschnitt, 200er gleitende Durchschnitt. Und fangen wir einfach mal an. Und zwar, wir hatten den Höchststand hier oben, das können wir gerne mal messen, von gar nicht mal so langer Zeit her. Das war am 8. März 2022. Und wenn wir das jetzt einmal hinunterziehen, sind wir gerade aktuell bei einem Minus von 47%. Das ist jetzt natürlich nicht das Einzige, was jetzt das Interessante an der ganzen Sache ist. Denn wir sind hier unten an zwei wichtigen Linien meiner Meinung nach angekommen. Nämlich einmal habe ich das Fibonacci Retracement eingezeichnet von hier unten. Das war das Corona-Tief bis einmal zu dem Hoch hier oben. Und da sind wir jetzt hier genau Punktlandung am 61er Retracement angekommen, was wirklich ein ganz, ganz wichtiges Support-Linie ist. Aber nicht nur das, denn ihr seht hier auch noch eine andere grüne Linie. Das hat was mit diesen Bereichen zu tun, die hier oben immer wieder angeeckt sind. Und wenn ich jetzt weiter rauscrolle, auf das Jahr 2016 hatten wir hier oben auch mal einen signifikanten, ja im Prinzip, Abpraller von hier oben gehabt. Deswegen, ja, könnte man jetzt auch sagen, dass das natürlich auch wichtige, ja, Support-Linien sind. Was ich jetzt ein bisschen als problematisch ansehe, ist dieser rote Bereich hier. Leute, es geht darum, ich möchte hier Langzeit investieren. Und das ist auch nur meine Meinung. Ich komme dann im Nachhinein nochmal mit dazu. Ich möchte hier nicht spekulieren, weil dann würde ich wirklich weiter abwarten. Diese 47, fast 50 Prozent sehe ich als guten Teileinstieg. Aber es könnte ganz gut möglich sein, ich schnappe mir mal einen Stift, dass wir hier oben abprallen, vielleicht wieder eine Zickzack-Bewegung machen. Wenn wir hier durchfallen sollten, wird dieser Bereich hier unten als nächstes wirklich interessant werden. Ihr seht schon, das hier hinten ist natürlich kein Euro. Deswegen gehen wir jetzt gleich mal an den Rechner und schauen uns mal an, was denn hier die Umrechnung ist. Also, falls wir jetzt hier unten durchbrechen sollten, wäre der Bereich, ich sage mal, von ungefähr 2.900 South African Cents. Also, das ist im Prinzip sozusagen jetzt die Umrechnung. Wir tauschen das nochmal ganz kurz. Das heißt, was habe ich gesagt? 2.900 wäre dann sozusagen der Kurs bei 1,70 Euro. Recht interessant. Und da würde ich dann, ich switch jetzt gleich wieder mal hier zurück, da würde ich hier unten dann im Prinzip meinen zweiten Teileinstieg machen. Und damit ich sozusagen diese Rallye hier oben nicht verpasse, wenn sie jetzt weiter nach oben gehen sollte, gehe ich hier den ersten Teileinstieg rein und werde, falls es weiter runter sinken sollte, dann hier nochmal einen Einstieg machen. Ich komme aber nochmal zu einer Support-Linie oder eher den gleitenden Durchschnitt. Denn wenn wir jetzt mal auf die Wochenebene gehen, sehen wir, hoppala, sorry, klappt sehr gut, sehen wir, dass hier jetzt auch den 200er gleitenden Wochendurchschnitt angekommen sind. Dass man diesen nicht immer punktuell wirklich direkt abholt, ist völlig klar. Denn den haben wir hier auch nicht abgeholt. Selbst beim Corona-Crash sind wir hier unten auch nicht genau hier unten reingekommen. Deswegen wird es hier auch nochmal interessant, wenn wir hier oben wirklich in dem Bereich jetzt hier auch diesen Widerstandsbereiche wirklich durchschneiden sollten, dann kann es nochmal deutlich weiter nach oben gehen. Deswegen kurzum, ich werde jetzt hier einen Teileinstieg machen, hier unten dann im Prinzip meinen zweiten Teileinstieg, wenn es weiter fallen sollte. Und wir schauen uns jetzt einfach mal, ich switche hier mal rüber zu den Finanzdaten, uns ein bisschen alles genauer mal an. Und zwar seht ihr hier oben von 2015 bis 2021 folgende Daten habe ich jetzt mal eingegeben. Den Gesamtumsatz, den Nettogewinn, das EBIT, die Nettoverschuldung und den freien Cashflow. Fangen wir mal mit dem Gesamtumsatz an. Der Gesamtumsatz ist die ganzen Jahre lang auf alle Fälle gestiegen. Der Nettogewinn nicht, denn in den Jahren, hier sehen wir es, 2017 und 2018 haben sie ein Minus gemacht gehabt. Dann Nettogewinn 2019, dann 2020 extrem stark gestiegen und 2021 auch nochmal extrem stark gestiegen. Ist natürlich erstmal super, aber was ich hier wesentlich schöner finde, ist die Nettoverschuldung. Denn im Prinzip hat das Unternehmen seit, sagen wir mal, genau seit 2020, keine Nettoverschuldung mehr. Also im Prinzip, sie haben mehr freien Cashflow wie eigentlich Schulden. Denn hier seht ihr auch nochmal den freien Cashflow, also das, was sie wirklich an Kohle haben. Das ist hier deutlich gestiegen und hier auch nochmal die Nettoverschuldung auf minus 608 Millionen. Wir können nochmal gucken, das Unternehmen ist auch kein kleines Unternehmen, denn das Unternehmen hat gerade aktuell, oder 2021 zumindest, grob 85.000 Mitarbeiter. Und wenn wir uns jetzt mal andere Kennzahlen angucken, wie das KGV, das Kursgewinnverhältnis, derzeit bei 3,28. Klingt auf alle Fälle auch, verglichen mit den anderen großen, wie im Prinzip Vale oder im Prinzip alle anderen Bergbauunternehmen, ist das auf alle Fälle schon mal ein ganz gutes KGV. Preisumsatzverhältnis 0,61. Dann Kurs-Cashflow-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis. Unternehmenswert ist natürlich gesunken, das ist völlig klar. Denn wenn ich jetzt hier nochmal runtergehe, wir haben natürlich hier auch nochmal ordentliches Geld weggeflossen jetzt. Meiner Meinung nach wird das auf alle Fälle jetzt in nächster Zeit nochmal interessant werden, wie ich das jetzt hier schon besprochen habe. Nun wissen wir, was das Unternehmen so macht, wie die Finanzen so aussehen und wie es charttechnisch aussieht. Kommen wir einmal zum Handel dieser Aktie. Da ist es vielleicht einmal interessant, wer denn so alles in diesen Unternehmen investiert ist. Da blende ich euch mal genau diese feine Liste hier ein. Und da seht ihr, die ersten beiden sind im Prinzip südafrikanische Großinvestoren. Wir haben aber auch noch BlackRock und noch viele andere große Investoren mit drin. Deswegen könnt ihr jetzt gerne mal auf Stop drücken und euch die Liste ein bisschen genauer durchlesen. Aber da sind wirklich schon Top-Firmen mit drin. Was jetzt grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes sein sollte oder eher, sagen wir mal, was Gutes. Die primäre Notierung von Sibangis Stillwater befindet sich an der Johannesburg Stock Exchange, also JSE in Südafrika. Auch das bei der Charttechnik. Bitte mit beachten, dass ihr dort dann wirklich in den Bereich dann sozusagen reingeht bei der JSE und nicht irgendwie in deutschen oder amerikanisch oder sonst irgendwas. Deswegen war dort halt, wie gesagt, die Währung auch ein bisschen anders. Das Unternehmen verfügt aber auch über eine Zweitnotierung, also das ADR an der New York Stock Exchange in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die ADRs werden nach einer internen Umstrukturierung wie am 24. Februar 2020 angekündigt unter dem Tickerscode SBSW gehandelt. Jeder ADR entspricht vier Stammaktien. Das müsst ihr wissen. Da kann man natürlich auch investieren, aber ich zeige euch einfach mal bei Trade Republic an meinem Handy, wo ich denn so investiert bin. So, jetzt seht ihr auch schon die Aktie von The Bungie Stillwater für 2,46 Euro. Das haut ja auch hin, weil wir das ja im Prinzip bei dem Rechner einmal umgerechnet haben. Und wir gehen einmal runter. Hier seht ihr auch nochmal ein paar andere Dinge. Das KGV haut hier auch ganz gut hin. Dividendenrendite. Wie gesagt, das Unternehmen zahlt auch richtig schöne Dividenden. Das könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken. Und genau, jetzt scrolle ich einfach mal runter. Hier habt ihr einmal die Isen, also mit ZA einmal angefangen und einmal die WKN. Das könnt ihr euch jetzt gerne einfach mal angucken. Und wie die Aktie sich entwickelt hat, habe ich euch ja schon gezeigt gehabt. Es wäre, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr darauf Bock habt, wie gesagt, das ist nur meine Meinung, ganz, ganz wichtig, Leute, dann guckt euch auf alle Fälle mal diese Isen oder die WKN-Nummer an. So, meine Lieben, das soll es gewesen sein zu dem Unternehmen Zimbanges DeWater. Und ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen, aber feinen Einblick verschaffen. Mich würde einmal interessieren, ob du selbst das Unternehmen schon kanntest und selbst vielleicht schon investiert bist. Schreib es uns gerne mal unten in die Kommentare rein. Alle Inhalte entsprechen meiner persönlichen Meinung. Das gezeigte Video stellt keine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf eines Finanzproduktes dar. Dies ist keine Anlageberatung. Dieses Video ist nur als Informationsvideo zu betrachten. Das war's. Macht's gut und bis bald. Euer Toni von Finanzen.